Ah, hallo! Hallo, was machen die denn mit mir? Hallo! Oh Scheiße! Soll hemmeln glatten Arschloch opfen? Oh Scheiße! Ich bin zu bescheuert! Irgendwann schreiß ich dir dafür in den Garten. Oh Shit! Oh Shit! Oh Shit! Oh! Oh! Hör auf zu schreien! Loll! Ich hab die Hand abgeschossen! Oh! Aua! So, wird da jetzt Vollgas reinkommen so? Äh, ne. Oh! Oh! Das wollte ich! Oh! Oh! Ich wollte wieder umdrehen! Oh! Verzeihung! So, Jumma, was haben meine linke Kniekehle juckt? Ah, Sack! Oh, hast du denn eine Hoden in der linken Kniekehle? Oh, das tut mein, das tut mein Leben aber richtig weh! Oh, Junge, du! Das erklärt die Schleppruhen immer! Äh... Äh, André... Router wird neu berechnet! Was? Hä? Was denn? Okay, ja gut, fangen wir weiter. Ich will ja auch den Rahmen nicht sprengen. Der hätte Reifen verloren! Heheheheh! Heheheh! Heheheheh! Heheheheh! Höhe! Leute, die macht doch wieder Skogodil! Schli schnau schnappi! Schnappi 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 schnappi! Ohhhh! Leute, perfekt die Kurve gefahren! Im Drift! Nice. Wenn ich langsamer bin, dann bin ich ja langsamer und dann bin ich letzter! Das geht nicht! store oh oh pass auf oh pass auf oh hei.. hei.. Leute, komm mal rückstriegel bei mir Kortex, was machst du da? Das ist ein Dämon Was machst du denn, du schenkst? Korb 6, hallo? Hä, was ist das denn? Der macht Männchen. Brauchst du Hilfe oder was? Leute, checkt er. Hä, was machst du denn da? Der ist geflogen. Wer wohnt? Habt ihr das gesehen? Der ist geflogen. Oh, Marcel. Oh, da war... Da war ein blaues Auto. Was? 4.000 Euro war ich zu schnell? Was? Der ist 30. Was ist das denn? Jawoll! Easy, Leute. Ist doch gar kein Problem. So, was ist denn hier euer... Was? Na? Über Rot gefahren. Was? Oh. Von der G-Klasse bei Mercedes. Ah, hallo! Passt doch mal auf. Junge, 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 Junge. Das war immer wirklich verarscht. Was ist... Was macht die? Hallo, was macht die denn mit mir? Hallo! Marcel, du musst ja weg auf einmal. Hörst du mit deinem LKW los, Marcel? Ey, Marcel. Aber irgendwann musst du auch mal vernünftig fahren, ne? Auto so machen, ich mache so, aber... Das möchte ich nicht. Ey, du... Leute, du hast dich weggebeamt. Du bist in den Asphalt gefahren und hast dich weggebeamt. Fertig zum Beamen? Aktivieren! Fertig zum LKW und hat sich trotzdem was verfahren. Oh, Scheiße! 316 Kilometer? Willst du mich verarschen? Was, hier jetzt einfach drehen? Ja, sicher. Ey, was? Alter. Guckt bitte einmal alle weg. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, was ich hier mache. Ey, ich fahre doch keine 300 Kilometer Umweg. Da darf nun keiner kommen jetzt, ne? Boil. Kein Problem. Ich lehme mich extra ein bisschen nach vorne. How to, äh, kurz ab 300 Kilometer. Ha! Oh! Hä! Was denn jetzt? Äh, Marcel. Was ist das? Worum denn denn her? Was war das denn? Marcel, aufsteigen bitte, die Polizei ist da. Der Polizei ist schon da, schön. Der wollte die Versicherungsprämie abgreifen. Ja, das ist jetzt... Dieses... Leute, das Schild klemmt an meinen... Ey, das ist komplett in meinem Pokletzen drin. Der hat auf jeden Fall keinen schönen Problem. Oh, und hier hinten? Guck mal, der wackelt mit seinem Hintern hier. Das musst du dir mal angucken hier. Oh, oh. Alex, bist du eigentlich auch so steif? Leute, hä, wir hatten einen Arschloch offen. Hä? So ein Pimmelschloss, Alex. So ein Keuschheitsgürtel, meinst du? Norris bohrt mir im Loch rum. Und ranne mit dem Hintern. Hä? Ich steck doch schon drin. Das war Sport, oder, Chefi? Das Ding hier, das ist nichts. Also, wenn so von euch jemand scheißt, ne? Dann seid ihr auch eher Meerschweinchen oder sowas. Dann solltet ihr dringend zum Arzt gehen. Das Ding hier. Das Ding hier. Es gibt ein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier. Darum fahr ich nie nach Hawaii, darum bleib ich hier. Aber es ist so heiß auf Hawaii. Kein kühler Fleck. Make it stop! Gott muss ein Seemann sein. Blablablablablabla. Der ist prima. Wie war Koloni? Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir freuen uns aufs Jokers Garten und kriegen doch immer mehr Lust. Invert master. Because I'm the goal of F1-23, I have, uh, uh, here, I've got ten positions in, you know, I'm starting in Monaco from P20 and, uh, uh, yeah, what's that now? I'm overtaking, uh, yeah, my people's here. Nice to meet you, first of all, hey. Nein! Nein, 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 nein! Oh, scheiße! Nein! Nein! Oh, scheiße, warum sah... Das sah so gut aus! Oh! Nein! Jawoll! Jawoll! Jo, da finde ich die Tür an mir vor... meine eigene Tür hat mich überholt. Uäh, Leute, war gut! Was? Scheiße! Oh, scheiße! Nein, 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 nein! Jo! Pudi! Jo! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Ey, hier blick bei mir alles, ne? Motor, Kühlung, alles. Ei, 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 die Kotztüte ist voll. Spaß mit Flaggen! Oh, jetzt geht's nach... Was ist denn das für eine Flagge hier? Äh... Lithuan. Lithuan, Lithuan, Lithuan. Ich hätte jetzt fast... Ich weiß nicht, was Südamerikanisches getippt. Oh, fuck this will. Oh! 1, 2, 1. Jetzt müssen wir hier hoch? Ne, auch nicht. Nein. Ich treffe es. Und wuss. Ups. Untertitelung des ZDF, 2020